Wenn Jan und Tim die reisen durch unsere schöne Welt, erfahren sie viel Neues, das allen gut gefällt. Wir suchen Abenteuer, wo wir auch in uns stehen. Was wir dabei entdecken, das könnt ihr mit uns sehen. Wer baut die höchsten Häuser? Und wer die dicksten Form? Wer trinkt die größten Fische? Bei Pflaude und bei Sturm. Wo gibt's die schönsten Blumen? Und wo die längste Wurst? Wer weiß die besten Witte? Bei Hunger und bei Nost. Wir suchen Abenteuer, wo wir auch in uns stehen. Wir suchen Abenteuer, wo wir auch in uns stehen. Nur so mit Knöpfchen rücken und an den Kurbeln drehen. Die all das schöne Schatten, das ist uns auch bekannt. Das sind die klugen Lockerter bei uns in Stadt und Land. Kommt mit und seht nun selber, was euch dabei gefällt. Wenn Jan und Tim die reisen durch unsere schöne Welt. Mit. Ohh, wir sehen uns auch mal. Nein, ich cre겼ET.